Amiexpress wiederbelebt Die bekannte Amiga-Mailbox-Software Amiexpress wurde wiederbelebt. Die Software ist nun Open Source und hat bereits das Update zur Version 5.50 erhalten. Offiziell ist das Ganze schon mal, denn Joseph Hodge von Lightspeed Technologies gab seinen Segen für dieses Projekt. Neueste Features sind unter anderem Unterstützung für Partitionen über 2 GB, die Möglichkeit MB statt nur Bytes in File-Listings darzustellen und viele andere Funktionen, die unterstreichen, dass hier eine moderne Version von Amiexpress geschaffen werden soll. Deutsche Commodore Inside Story Die deutsche Version von David Pleasants Buch, Commodore Inside Story, schafft es nicht rechtzeitig unter den Weihnachtsbaum. Gründe dafür waren gesundheitlicher Natur. Glücklicherweise sind diese besser geworden. Des Weiteren sind alle Druckereien gegen Ende des Jahres bis zum Anschlag ausgebucht. Innerhalb der EU und der Schweiz wird Alinea Computer den Versand des Buchs übernehmen. Das spart eine Menge Ärger und auch ein bisschen Geld, weil das Buch in England produziert wird. Es wird erwartet, dass der Versand im Februar startet. Fidograph wieder online Der Fidograph, welcher unter 2613.ru abrufbar ist, war zwischenzeitlich offline. Auch wenn das Routing gegen Ende weiterhin auf einen ICMP-Block stößt, kann man sich das Fidonet wieder visualisieren lassen. Die neueste Noteliste ist auch eingelesen. Weshalb der Dienst mehrere Wochen nicht erreichbar war, ist leider unklar. Gut gelagerter Apfel Die Willamette Computer Connection, kurz WAC-BBS genannt, lief von März 1991 bis Februar 1998. Nach 30 Jahren wurde der BBS-Computer wieder aus dem Lager ausgegraben und es stellte sich raus, das Teil läuft noch. Der Sysorb Neil Leighton hatte natürlich nichts besseres zu tun, als die Maschine sofort wieder online zu bringen. Wer die Mailbox mit der Software Warp 6 besuchen will, kann dies unter wacbbs.ddns.net auf Port Nr. 6502. YouTube hat Aliases eingeführt. Damit ist der BBS-Index-Kanal jetzt auch über youtube.com slash at bbsindex zu erreichen. Die alten URLs youtube.com slash c slash bbsindex sowie bit.ly slash bbsindex-video funktionieren weiterhin.